Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe jetzt so lange nichts mehr aufgenommen. Seit letzter Woche Dienstag habe ich die letzten Sachen aufgenommen, hatte alles vorproduziert. Jetzt bin ich zurück, jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich überhaupt hier sitze und rede. Morgen gibt es das nächste Event. Jetzt haltet euch aber nicht ganz so sehr fest, denn es wird diesmal kein neues Shiny geben, so wie es aussieht. Hier ist das alles eigentlich sehr ruhig, sehr langsam. Eine ganz langsame Entdeckung. Galafleckmon kommt nämlich und ich weiß nicht, ob ich es nur falsch verstehe, aber so wie es aussieht, kriegt ihr Galafleckmon wohl nur aus Raids. Das heißt, sie führen wieder was Neues ein und verleiten euch dazu zu Raiden. Das ist nicht wild, das kommt aus Raids. Kann man machen, muss man nicht. Werden sich sicherlich wieder viele aufregen oder ich verstehe es nur falsch oder die haben es falsch geschrieben, ich weiß es nicht. Deswegen ergibt sich für morgen so viel Freiraum, dass ich jetzt sogar schon versuche, hier eine Umfrage zu starten. Dazu aber gleich mehr. Um was geht es jetzt überhaupt? Eine ganz langsame Entdeckung. Event angekündigt. Das neueste Event, alles um Galafleckmon, Megalamus, die Galaformen, sonst wie dabei. Wurde ja auch alles angekündigt, dass auch ein neues Mega-Pokémon kommt. Und am Dienstag, den 8. Juni, 10 Uhr. Das heißt, ab 11 Uhr können aus dem Mega-Raid dann Megalamus schlüpfen. Das wäre wieder perfekt für einen Community-Raid. Obwohl ich am Dienstag ja eigentlich Regis Deal als Community-Raid machen wollte. Denn ich habe mir gedacht, die erste Woche, wo die drei Regis da sind, ist ja Regirock-Raid-Stunde am Mittwoch. Also können wir am Dienstag ein Regirock-Community-Raid machen. Diese Woche ist Regis Deal in der Raid-Stunde am Mittwoch. Also hätte man am Dienstag einen Regis Deal-Community-Raid machen können. Und nächste Woche Mittwoch ist dann Regi-Eis drin. Hätte man also am Dienstag Regi-Eis-Community-Raid gemacht. Ist alles ein bisschen, ja, vielleicht kriege ich auch beides hin. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es also morgen dann ein Regis Deal-Community-Raid. Da muss man ja nicht warten. Der ist ja schon da. Und eben auch einen Mega-Lamus-Community-Raid. Wird nur ein bisschen problematisch, da ich um 10 Uhr einen Termin in Meiningen habe. Und... Wird auf jeden Fall, wenn... Vielleicht werde ich da was finden nach dem Termin, alles. Nehme ich dann noch was auf, fahre dann zurück. Irgendwie kriegt man das schon hin. Es gibt auf jeden Fall morgen dann ab 10 Uhr dieses Event. So. Vielleicht morgen also zwei Community-Raids. Schauen wir mal. Ihr könnt schon mal die Daumen drücken. Galafleckmon erscheint erstmals im Pokémon Go. Natürlich muss man das dann wieder als Buddy nehmen. 30 Gift-Pokémon fangen. Damit man das dann entwickeln kann. Ich finde das so doof, dass dieses... Dass man die alle als Buddy nehmen muss und dann Aufgaben damit machen. Weil jedes Mal in diesem Wechselbildschirm, wo ihr zwischen euren bisherigen Buddies wechselt. Wenn ich weiß, ich will den zum Best-Buddy machen, den auch, den auch. Tauchen da plötzlich so viele sinnlose Pokémon auf, die man nicht zum Best-Buddy machen will, die man aber anlegen muss, damit man sie mal entwickeln kann. Leider kann man die da auch irgendwie nicht rauslöschen. Die sind dann nur nicht mehr da, wenn ihr die komplett verschickt. Aber wenn ich das entwickle, damit ich das Vieh habe, verschicke ich sie eigentlich danach nicht, also das, äh, weiß ich nicht. Das, äh, das stört mich ein bisschen, aber da bin ich wieder sehr penibel. Dann kann man es in Galalamus entwickeln. Galalasho King wird allerdings noch nicht verfügbar sein. Also wenn ihr das hier seht, das hier mit dem Senf auf dem Kopf, ne, kannst du hier zu dem machen, mit, äh, keine Ahnung was auf dem Kopf, aber nicht zu ihm, weil er ist noch nicht da. Und er kommt in Mega-Raids, also schön, alles hier, bam. Das steht also nichts von, wo was zu finden ist. Denn das steht wahrscheinlich dann erst unten. Mega-Lamus wird erstmals in Raids verfügbar sein. Man erhält Lamus-Mega-Energie in Feldforschungen. Langsame Pokémon wie Fleckmon. Dürfte aber das Normale sein. Fleckmon, Bummels, Schlupug, Sporing, Lamus, erscheinen wild. Genauso wie Muntier. Wer noch einen Fleckmon, Shiny braucht. Bummels, Shiny, Schlupo gibt es noch nicht als Shiny. Boing, Schleini, Schleimi. Lamus, Muntier. Weiß nicht, ob die Entwicklung genützt direkt auch. Shiny sein können, auf jeden Fall. Langsame Pokémon, das ist sehr schön. Bummels. Bummels XL Bonbons sammeln. Oh mein Gott, Leta King auf Level 50 ziehen, alle drehen durch. Das, ja genau, das ist es. Das ist mein Ziel, was ich mir da gönne. Äh, Galafleckmon, das sind jetzt die Einer-Rates. Galafleckmon, Alola Slimer, Mushas, Shinux, Praktibalk in Rates der Stufe 1. Praktibalk haben sich letztens schon einige gewünscht für Rates für Zuschauer. Shinux ist auch gerne gesehen bei den Leuten, die das noch nicht als Shiny haben. Mushas, Alola Slimer. Gibt es natürlich auch beides als Shiny. Alola Slimer gab es jetzt aber auch während der vergangenen Events öfters. Aber hier steht Galafleckmon drin, direkt. In Rates. Also wird das normale Wildspawnen, Galafleckmon, in Rates erscheinen. Jetzt würde ich also natürlich, muss ja eh, wenn neue Event-Bosses da sind, für die ganzen komischen Medaillen und Champion-Medaille und sonst was, sowieso ein Galafleckmon-Rate machen. Ein, äh, ein, ein Mega-Lamus-Rate, um das alles zu pushen. Was ich jetzt aber noch heftig fande, Relaxo steht hier als nächstes dabei. Bei Rates der Stufe 3. Relaxo, Lasho-King, Letter-King, Toxic-Kack. Quack, Toxic-Kack. Äh, Letter-King. Boom! Gönnt euch Letter-King direkt aus dem Raid, aber... Ne, fangt lieber, bummelt es einfach noch ein bisschen dafür. Aber Relaxo. Ihr wisst, Relaxo gibt es seit dem Kandotag als Shiny. Relaxo war danach weg. Ich hab gedacht, das passt, dass das eine Woche lang während der Kandot-Woche auch in den Raids ist, war es aber nicht. Jetzt hab ich ewig gebraucht und hab gesagt, wenn das irgendwann mal wieder in die Raids kommt, werd ich auf jeden Fall ein paar Relaxo-Rates machen. Ähm, Marco hat mir damals das Shiny dann gegeben. Wenn ich noch eins krieg, würd ich ihm das wieder zurückgeben. Außer er kriegt dann selber eins. Müssen wir mal gucken, wär das was für euch? Wär das interessant? Relaxo-Rates für Zuschauer. Hab ich mir mal hiermit aufgeschrieben. Denn wir haben morgen so viele Möglichkeiten. Morgen wäre am Dienstag auch die Spotlight-Stunde mit Abra. Abra, C-Day-Pokémon, Shiny, brauch ich nicht, hab ich genug davon. Ihr könntet die Spotlight-Stunde zocken und trotzdem nebenbei euch zu einem Raid eintragen, sozusagen, und eingeladen werden. Dann würd ich mich wieder drum kümmern. Spotlight-Stunde mit Abra, wer sagt, nee, nee, streame die Spotlight-Stunde, wir wollen das gucken, wie du einfach nur da sitzt und nichts machst, dann können wir doch auch die Spotlight-Stunde streamen. Ich hab trotzdem aber mal Praktival-Rates für Zuschauer aufgeschrieben, Relaxo-Rates für Zuschauer, Galafleckmon-Rates für Zuschauer. Das werd ich jetzt auch posten. Und ihr habt jetzt Zeit, im Community-Tab in YouTube mal abzustimmen, damit wir sehen, was wir morgen vielleicht machen können. Ähm, bla bla bla, Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen gibt's auch wieder mit nem Fleckmon-T-Shirt. Müssen wir uns unbedingt gleich anziehen. Im Shop wird's Items rund um Fleckmon geben. Es gibt eine Event-Box mit 20 Poge-Bällen, 10 Super-Bällen, einem King-Stein, weil den braucht man ja, um es dann eben weiterzuentwickeln. So, Lasho-King. An Stops und in Geschenken gibt es Sticker rund um Fleckmon. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Sticker für Fleckmon braucht jeder. Ähm, ja, das ist jetzt alles hier von pokefans.net gewesen. Ihr habt das Ganze hier auch nochmal von GoGames, ja. Da habt ihr nochmal ein paar Bildchen dazu, dass ihr hier seht. Aber eigentlich sind das genau die gleichen Informationen, die wir drüben auch hatten. Und es steht hier, laut Ankündigung ist Galafleckmon zunächst ausschließlich als Raid-Boss verfügbar. Werdet ihr also Raids machen? Oder sagt ihr, interessiert mich nicht? Ich warte, bis es dann irgendwann mal Wild spawnt oder aus Eiern kommt oder sonst was. Kann man ja mal mitnehmen. Ich meine, so ein, zwei Raids vielleicht ist jetzt halt nichts Besonderes. Also ist jetzt kein krasses Pokémon gefühlt. Außerdem wird es also auch Megalamus in Raids geben. Es wäre natürlich auch sinnvoll gewesen, vielleicht gestern Morgen ist jetzt geklingelt. Weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht. Wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen, Megalamus Raids für Zuschauer anzubieten. Aber wir können nicht alles machen. Da bräuchte ich vielleicht wieder jemanden Zweiten. Obwohl hier steht, mit drei Leuten kann man das eigentlich schon gut machen. Megalamus äh, kommt auf, wenn wir hier gucken, 3.700, 4.200, je nachdem, welches Level ist dann halt hier als Psychoangreifer relativ weit hinten auf Platz 64 beim Psychoangreifer und beim Wasserangreifer sogar auf Platz 81? Nee. Irgendwo, hä? Auf Platz 84. 64 und 84. Ihr seht also, egal ob Psycho- oder Wasserangreifer, es ist halt jetzt nicht unbedingt das Beste. Trotzdem, ich werde wieder Megalamus machen, bis ich Megaenergie habe, dass ich ein männliches, ein weibliches entwickeln kann. Ihr werdet sicherlich auch mal was machen oder ihr sagt jetzt, das Pokémon interessiert euch eigentlich gar nicht. Wenn ihr Megaenergie aus den Feldforschungen habt und ihr könnt das einmal entwickeln, dann reicht euch das. Kann also auch sein. Schauen wir mal, dass wir da aber trotzdem einen Community-Raid machen und vielleicht abends Galafleckmon Raids anbieten für Zuschauer oder eben Praktibalk oder eben die Spotlightstunde oder eben Relaxo. Relaxo wäre ja mein Favorit. Es gibt so viel Auswahl eben. Erst passiert gar nichts, dann überschüttet man sich mit allem wieder. Ich kann ja mal gucken, ob schon jemand hier was abgestimmt hat in der Zwischenzeit für den ersten Stand und wir sehen Jaa, null Stimmen. Keiner. Alle in der Schule. Beste Aufnahmezeit. Das ist so peinlich. Worauf freut ihr euch also besonders? Schreibt es mal in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem Event? Oder werdet ihr auch auf Bummelsjagd gehen, damit ihr ein Level 50er Laschoking machen könnt? Schreibt es mal rein. Das war es jetzt fix von meiner Seite aus. Ich werde dann gleich noch ein Video aufnehmen für heute und dann kommt noch ein Sub-Video und dann abends chill mit Ramses und dann bestimmt viel zu reden und zu labern und zu tun. Also entspanntes Event so wie es aussieht. Bummels Bummels farmen und halt ein paar Raids machen. Warum nicht? Morgen zwei Community Raids. Das muss irgendwie klappen. Sehen wir aber dann heute Abend noch alles. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.